Und alles Leben kommt aus dem Wasser, selbst in der Wüste. Und irgendwo hin muss es gewesen sein, die Erfindung des Paradieses. Wahrscheinlich schon 6000 Jahre vor der Geburt Jesus Christus. Wahrscheinlich über Hemsworth kam die Nachricht auch zu uns in die Bundeskunsthalle nach Bonn. Vorbei am Posttower, dem Langen Eugen und dem World Congress Center. Direkt zur wunderbaren Bundeskunsthalle. Hier erfahren wir mehr über die persischen Gärten und die Erfindung des Paradieses. Jesus. 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 Also da Sackle Barsch. Jesus. 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 Musik Die großartigen Bilder sprechen hinlänglich für sich, untermalt von zauberhafter Musik. Musik 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 Amen. 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 Amen.